Hallo, heute möchte ich euch wieder mal was Neues vorstellen. Und zwar ist es eine mikroskopische Vergrößerung von Fäden, die jeweils durch bestimmte Anordnung ihren persönlichen Charakter von sich geben. Ich wünsche euch viel Spaß mit meinen kleinen Filmchen. Es grüßt euch, euer Harry. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Filmchen.